einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen auf spieltrieb tv zu einer kleinen tv notiz es war mal wieder zeit um so ein bisschen zu erzählen wie ich mir die nächsten wochen monate auf diesem kanal vorstelle das thema heute wird sein die serien diese laufen ob die weitergeführt werden und in welcher form zusätzlich natürlich die frage was ist mit ksp dazu ein kleines extra ich werde eine neue kategorie anführen wollte ich eigentlich schon längst habe ich aber irgendwie nicht so richtig geschafft und natürlich als letztes ein großes großes dankeschön meiner person an all meine abonnenten inzwischen sind es über 300 und ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht dass ich mit meinen content so viele leute überhaupt begeistern kann ich hatte eigentlich gedacht naja die meisten schrecken sie irgendwie ab von daher großes großes dankeschön meiner seins nun aktuell befinden sich ja auf meinem server so man kann sagen so fünf serien die ich so ein bisschen verfolge mal regelmäßiger mal weniger regelmäßig wie gesagt hängt ein bisschen immer auch zusammen wie viel zeit ich habe oder welche spiele ich spiele so vermehrt das ist immer so ein bisschen entscheide ich mich für das eine oder das andere spiel und nicht spiele ich beide das ist immer so ein bisschen naja man kennt das vielleicht aktuell sind ja die drei hauptserien ich habe sie glaube ich nie so wirklich genannt natürlich wild star ein stückweit space engineers und natürlich körper space program das werden so die drei main kann man sagen doch so die hauptserien auf diesem kanal sein space engineers aktuell leider gottes ich hoffe es wird noch in den nächsten wochen besser im multiplayer fast nicht spielbar irgendwie hat akin etwas an der engine verändert und es geht überhaupt nichts leckt unendlich das hat mir zurzeit so ein bisschen irgendwie in der luft hängen ich hoffe es dauert nicht allzu lange ich werde sollte mir da die aufnahmen irgendwann ausgehen singe player spielen da kann ich vielleicht auch das andere machen was im multiplayer so nicht geht daneben habe ich natürlich noch zwei neben serien das ist aber faster than light dass da werde ich den run auf jeden fall noch zu ende führen und natürlich auch battle world chronos matthias hat mich darauf hingewiesen dass ich vielleicht ein paar mehr folgen aufnehmen sollte ja matthias ich versuche es entschuldigung auch dort haben wir noch eine ganze reihe vor uns inzwischen gibt es ja mehrere kampagnen von daher werde ich da versuchen ein bisschen mehr zu machen muss ich aber wieder schauen es ist immer alles so eine sache mit der zeit ja und natürlich die große große frage was ist mit kürbis base program wie geht es mit kürbis base program weiter das ist ja immer so ein bisschen das große oberthema auf diesem kanal nach meinem großen faux pas und einige live streams inzwischen habe ich mir so gedacht eigentlich ist es ganz cool live zu machen und eigentlich bietet die live show mir ein bisschen mehr raum dinge zu erklären denn es ist immer so eine sache gewesen in all den folgen die ich vorher gemacht habe innerhalb von einer halben stunde etwas zu erklären dass man eigentlich in einer halben stunde nicht erklären kann und man muss sich dann immer so ein bisschen eingrenzen muss versuchen zu verkürzen durch die verkürzung gibt es dann so hat man das gefühl dass man irgendwie dann doch eine halbe wahrheit nur erzählt und nicht dass ich euch jetzt belogen hätte oder was falsches erzählt hätte gottes willen aber es ist immer so wenn man verkürzt ist man immer gezwungen ein stück weit die details mehr oder weniger auszugrenzen und diese details macht man die entscheidenden dinge und vor allem in den breiten gerade in anführungsstrichen in dem wir uns aktuell befinden mich in detailchenphysik da sind die details eigentlich das entscheidende und ja es ist halt es ist immer ein bisschen schwierig das ganze eine halbe stunde zu quetschen und oft genug in den aufnahmen habe ich mich wirklich über stunden darüber beschäftigt wie ich überhaupt das schaffen soll und so habe ich mir gedacht eigentlich die bessere werte ist durch den durch den live stream den ich auch im übrigen auf drei stunden vermutlich verlängern werde habe ich viel viel mehr raum auch diesen etwas komplexeren themen mehr tiefe zu geben ein bisschen auch tiefer in die sachen einzusteigen wenn es das thema verlangt in gewisser art und weise und gleichzeitig habt ihr die möglichkeit aber auch viel direkter auf bestimmte teilbereiche dessen was ich erzähle einzugehen denn oft genug ist es ja so man weiß es ja ich kenne es ja von mir selber auch mal gut so ein video hört und hört und hört aber man versteht zu einzelnen details vielleicht nicht aber am ende des videos sagt man sich naja ok was war es jetzt noch mal warum ich mich noch was war es jetzt egal passt schon und im live stream habe ich halt im erstens die möglichkeit etwas detaillierter auf die einzelnen punkte einzugehen anderes wiederum habt ihr aber die möglichkeit dann auch per chat auf auf diese details spezifische fragen zu stellen und das klingt für mich relativ spannend das ist ein schöner austausch den ich ja sowieso mal ganz gern mache und auch sehr schön finde wenn man sich so ein bisschen auch mit euch auch wenn ich mich ein bisschen mit euch austauschen kann das ganze soll ja irgendwo auch ein austausch sei es war nicht so dass ich da stehe und wie so ein leerer klopf 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 wie sollt ihr mit zu hat gefällig die fresse nein nein ich möchte ja ganz gerne im austausch mit euch zusammen kommen und das bildet sich irgendwo an es ist zugegenermaßen natürlich auch eine sehr sehr schwierige sache für mich ich habe keine ahnung ob ich das überhaupt kann es ist mal etwas einfach so eine halbe stunde zusammen zu reden ist was anderes als drei stunden mit euch in diskussionen über ein thema zu stehen vor allem recherchetechnik wird das ein bisschen mehr arbeit aber ich denke mal das wird eine sehr spannende sache sein und ich liebe ja so etwas ist das ja ich liebe ja neues ich liebe ja etwas was vielleicht nicht jeder so youtuber macht und ich meine fünf serien sind schon völlig überwandt und also ich gehe mal ganz gern nicht so ganz so ausgetretene fahre deswegen wird in zukunft immer freitags ganz wichtig immer freitags ab 20 uhr bis 23 uhr kölbe space program im live stream von mir gespielt werden indem ich mich dann auch immer einem thema annehmen werde vielleicht auch zwei wenn es bei kleinere themen sind und versuchen werde die in der qualität wie ich die let's plays gemacht habe zu präsentieren und euch nahe zu bringen das spannende daran ist ich werde dieses also das spannende daran dass diese let's plays werden später in stunden häppchen zerteilt und als normales let's play nämlich als let's play live in die serie eingefügt das bedeutet also wir fangen mit diese woche fange doch diese woche wenn die nächste woche mal gucken fangen wir also zu sagen mit nur 26 27 28 20 und folgen dann an die folgen sozusagen weiter zu führen nur eben nicht als aufnahme bearbeitet sondern in gleich finde ich unglaublich spannend finde ich unglaublich spannend und ich habe ja auch möchte auch spaß bei dem machen was ich hier mache und das ist auch für euch wichtig dass ich spaß daran habe weil dann macht es euch so große weise spaß und finde ich eine ganz ganz spannende sache ich hoffe ihr findet es auch so falls nicht schreibt mir in die kommentare dann können wir gerne darüber diskutieren ich persönlich stelle es mir dieser sehr sehr toll vor auch für mich etwas entspannter weil ich nicht so gezwungen bin alles zu verkürzen und zu sagen ja denk mal nicht darüber nach oder alle setzte die ich immer gebracht habe wenn es irgendwo dann zu detailliert wurde weil ich genau wusste zeit 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 das ist so vielleicht die die größte zukünftige änderung auf diesem kanal zudem werde ich auch etwas so einen kleinen herzenswunsch erfüllen ich habe ja immer versucht das wisst ihr vielleicht auch immer diesen kanal ein bisschen auch abseits des gaming bereiches zu platzieren das ist aber ein bisschen schwierig weil die meisten die einen kanal abonnieren sind heute sehr stark auf den auf ein gewissen content fixiert in gewisser art und weise es ist kein voll kein 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 vorwurf von irgendeiner von gottes willen versteht mich da nicht falsch aber ich möchte halt breiter sein ich möchte ein kanal sein der viele verschiedene dinge zeigt wo hat vielleicht der eine mehr auf berglebes krone stehen der andere mehr auf fast das ist ein leid der dritte er guckt sich ja zu wie bei space engine irgendwas zusammenspeise ich möchte irgendwie auch verschiedene spiel zuschauer typen in gewisser art und weise ansprechen und eben nicht nur einen spezifischen wo mich dann so sehr stark an so eine ecke drängen lassen weil da passe ich sowieso nicht dreien auch mit meiner spielweise nicht und dann versuche ich das erst gar nicht mit euch in anführungsstrichen und diese neue kategorie wird gedankenaustausch heißen und gedankenaustausche sind so sind so themen da werde ich versuchen in so 10 15 minuten videos mal gucken ob mir das gelingt ich gehöre eher zu lernen etwas mehr sprechen gewisse themen einfach mal anzusprechen meine meinung darüber zu sagen und so ein bisschen versuchen euch in einer diskussion zu bringen das ist immer so eine sache bei youtube wird das ja meistens mal ein bisschen missbraucht will ich mal sagen aber hier geht es mir wirklich um eine diskussion mit euch zusammen die themen werden unterschiedliche natur habe sein das erste thema wird vermutlich wenn es so kommt wie es kommen soll jetzt ist es ein thema was halt ein bisschen darum geht ich kriege ganz interessante e mails und angebote inzwischen schon und es werden zusätzlich mehr und was das für angebote sind werde ich euch dann in dem dem video dann präsentieren sie sind die zeigen nur eine gewisse sagen wie stark man manipulieren kann auch auf youtube und all die anderen sozialen plattformen die es so gibt nun gut was wird es also was für dich vielleicht in der tippe noch mal was wird es vielleicht in der zukunft an zusätzlichen serien geben denn ich werde nach diesem wand von fassenleid erstmal fassenleid so ein bisschen parken weil ich da irgendwie so ist halt auch nicht so die großen das heißt zurzeit ja fast so leid das muss irgendwie platz machen ich hätte ganz gern noch ein oder anderes spiel was ich gerne spielen wollte auch so vielleicht mal das andere let's play together mal schauen von daher werde ich die fassenleid diesen run auf jeden fall bis zum ende durchführen ist dann aber erstmal parken und eine zeit lang erstmal aussetzen vielleicht noch mal rauskram wenn irgendwie ein paar updates dazu kommen oder nicht keine ahnung diese luft ist auch letztendlich dafür gedacht um die anderen serien so ein bisschen mehr zu pushen das kommt ja so ein bisschen zu kurz gerade trotzdem es gibt so ein paar spiele die mich eigentlich interessieren so aktuell will ich noch keine namen nennen wo ich so denke da kann man vielleicht das eine oder andere kleine let's play draus machen kann ich aber wie gesagt aktuell noch nichts wirklich konkretes sagen weil hinterher will ich mich nicht in eine ecke gestellt haben aus der ich da nicht komme von daher nimmt mir nicht fest allerdings wie gesagt fast das und leid nach diesem land beendet battle vs chronos auf jeden fall nicht da haben wir noch ein paar kampagnen vor uns space engineers wie gesagt falls es im multiplayer aktuell nicht weitergeht media aufnahmen ausgehen und die folgen damit nicht gemacht werden geht dann in den solo ksp live ich denke mal das ist genug abwechslung fürs erste ich habe da noch so ein kleines projekt im hintergrund das werde ich aber erst später offenbar in diesem sinne noch eins vielen 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 dank für 300 abonnenten wirklich toll also ich bin jetzt ein halbes jahr auf youtube markt 300 abonnenten das kriegen manche über jahre nicht weg also danke 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 chapeau ich bin sehr begeistert freue mich das nächste mal wünsche euch noch einen schönen abend sagen wir einen schönen abend gesagt oder ja schönen abend noch ja 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 ja